Die Entscheidung der Evangelischen Kirche, Pfarrer Martin Michaelis wegen seiner Kandidatur für die AfD zu entlassen, hat breite Diskussionen über die Rolle von Geistlichen im politischen Leben ausgelöst. Martin Michaelis hatte sich als Parteiloser für die AfD bei der Stadtratswahl in Quedlinburg aufgestellt, was zu seinem unmittelbaren Ausschluss aus seinem Pfarramt im Pfarrbereich Gartersleben im Salzlandkreis führte. Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, EKM, begründete ihre Entscheidung damit, dass politisches Engagement von Pfarrern grundsätzlich unterstützt werde, aber eine Parteizugehörigkeit mit verfassungsrechtlich problematischen Positionen nicht vereinbar sei. Michael Lehmann, Personaldezernent der EKM, erklärte, dass die Teilnahme von Pfarrern an politischen Aktivitäten nicht per se verboten sei, jedoch müssten diese Aktivitäten im Einklang mit den grundlegenden Werten und Überzeugungen der Kirche stehen. Michaelis Entscheidung, für die AfD zu kandidieren, wurde als direkte Unterstützung der Partei interpretiert, was in Anbetracht der jüngsten Erklärungen des Landeskirchenrates der EKM und der Bischofskonferenz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands nicht akzeptabel sei. Es ist nicht das erste Mal, dass Martin Michaelis wegen seiner öffentlichen Meinungsäußerungen und politischen Aktivitäten in Konflikt mit der Kirche geraten ist. Bereits während der C-Pandemie hatte er sich öffentlich gegen staatliche Lockdown-Maßnahmen ausgesprochen und die Bezeichnung von C-Impfungen als aktive christliche Nächstenliebe kritisiert. Sein Auftritt bei einer Anti-C-Demonstration im Dezember 2021 stieß auf heftige Kritik seitens Landesbischof Friedrich Kramer und anderer Kirchenvertreter, was letztendlich zu seiner Versetzung von Quedlinburg nach Gartersleben führte. Die Entscheidung der Kirche, Michaelis wegen seiner politischen Aktivitäten zu entlassen, ist äußerst problematisch und wirft ernsthafte Fragen bezüglich der Meinungsfreiheit und der Trennung von Kirche und Staat auf. Indem die Kirche Michaelis aufgrund seiner politischen Überzeugungen sanktioniert, überschreitet sie möglicherweise ihre Befugnisse und greift in die persönlichen Freiheiten und Rechte eines Individuums ein. Diese Aktion könnte als eine Form von Zensur angesehen werden und stellt ein beunruhigendes Beispiel für die Einschränkung der politischen Meinungsäußerung innerhalb der Kirche dar. Statt ihre Mitglieder zu ermutigen, sich aktiv an gesellschaftlichen Debatten zu beteiligen, sendet die Kirche ein Signal der Intoleranz und der Intransigenz aus, das dem Prinzip der Demokratie und der Vielfalt widerspricht. Und das war's auch schon mit den neuesten Nachrichten. Schreibt eure Meinung in die Kommentare und abonniert den Kanal für mehr interessante Themen. Bleibt informiert und bis zum nächsten Mal.